Warum geht der Scheiß doch nicht auf? Mensch! 2-2-1-0 Was soll das? Ihre Frau hat mich darum gebeten. Was soll ich drücken? 2-2-1-0 Die Frau macht mich wahnsinnig. Wo ist die denn jetzt schon wieder? Efi! Efi! Warum bist du denn nicht im Haus? Du sollst damit dann nicht in den Garten gehen. Ich mache mir Sorgen wegen den vielen Viechern. Ich hatte einen himmlischen Nachmittag. Efi! Ich möchte dir jemanden vorstellen. Lana! Lana! Klaus Müller-Tott! Das ist Ihre Frau? In guten wie in schlechten Zeiten. Lana leitete im Barthas Hotel den Wellnessbereich. Und sie kann zaubern. Musst du sehen. Wie ist das nochmal, was Sie vorhin mit mir angestellt haben, Lana? Ein Stirnölguss. Passen Sie Ihrer Dusche-Konstitution. Genau. Ich bin nämlich ein Wattertyp. Wusstest du das? Klaus! Watt! Wusstest du das? Watt! Ich neige zu unregelmäßigem Appetit und zu verstopfen. Ich glaube nicht an Aschoweda. Ich schwöre auf das Skalpell. Lana wird dich bekehren. Du musst sie unbedingt ausprobieren. Seien Sie zur Abwechslung unser Gast. Lana, und Sie hatten mir von den heißen Steinen erzählt. Efi! Hilft die denn nicht auch gegen Streit? Efi, hör auf! Und Klaus, jetzt sei doch kein Spielverderber. Ich warte drinnen auf dich. Noch einen Weizengrassaft, Frau Müller-Todd? Ja, zwei. Für meinen Mann und mich. Als meine Frau noch jung war, trug sie ihr Haar genauso wie sie. Ich bin jung. Ich bin jung.